Äh, Lumilationschannel, wenn heute mit der Frage ist, am Grund von Moosian noch Spannendes zu entdecken, und Frage wurde gestellt von CookieNator. Also, als erstes Mal. Unter 200 Metern wird es dann langsam mal ein bisschen dunkel. Also es ist dann nicht mehr viel mit Photosynthese und Pflanzen. Und die Antwort drauf. Mit biolumineszenten Chemikalien. Selber Licht machen. Das wäre mal eine Fähigkeit. Leuchtmann in geheimen Einsatz. Als lebende Taschenlampe. So, in der Gegend wurde da übrigens auch der Kraten. Oder besser gesagt, einige hausgroße Tintenfische. Der Plan. Meeresschnee. All day long. Das sind Flocken. Von wunderbaren, nahrhaften Staub aus toten Tieren, Pflanzen und Kacke von denen weiter oben. Bei 1000 Meter und tiefer. Die Tiere da unten sind mega energieeffizient. So a la, wenn du selbst das Fischernetz geworden bist, brauchst du dich nicht bewegen. Bei 3800 Meter könnte man die Titanic finden. Nennt sich übrigens dort der Abyss. Das Magma bei den tectonischen Rissen macht's da wohlig warm. Und liefert Mineralien, die von extremophilen, extrem liebenden Bakterien in organisch energiereiches Material umgewandelt wird. Also Essen für andere Bros da. Lasst uns noch weiter hinuntergehen. In die Hadalzone. Also die Hellenzone. Frei von mir, übersetzt. Die Einwohner da? Alle extremophil. Der tiefste Punkt ist 11.000 Meter unter Meer. Und der Druck beträgt etwa 1086 Bar. Das heißt, mit der starken Hand von Wladimir Klitschko. 26.839 Schläge auf jeden Zentimeter der Haut eines durchschnittlich großen Menschen permanent ohne Unterbruch. Oder ca. 1,5 Eiffeltürme, die auf einem Quadratmeter Fläche stehen. Und da gibt's tatsächlich lebende Flohkrebse. Flohkrebs, der 30 Zentimeter groß ist, hat meiner Meinung nach einen anderen Namen verdient. Übrigens haben da Wissenschaftler Plastiktüten gefunden. What the fuck? Reicht doch schon, dass den Dudes da unten der kackeleiche Schnee auf den Kopf fällt. Vielleicht lernen wir von denen sogar noch was. Über Energieeffizienz und Recycling. Ha, diese extremophilen Hippies, hey. Danke für die Frage und ciao und einen schönen Bis Morgen.